Heute nochmal ein Video über mein Lieblingsunkraut, die Ackerwinde. Und ich habe ein Werkzeug bekommen, mit dem man der doch etwas besser zur Leibe rücken kann, ohne die umstehenden Nutzpflanzen zu beschädigen. In der letzten Woche hatte ich ja schon ein Video gemacht, wo ich über besondere Problemunkräuter gesprochen habe. Die Ackerwinde, die Hühnerhirse und den Sommerportulak. Könnt ihr euch hier anschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und im Anschluss an dieses Video, eigentlich am selben Tag, habe ich eine Mail bekommen von einem Bio-Landwirt. Und der hat gesagt, probiert doch mal ein Werkzeug aus, das ist eigentlich ein bisschen zweckentfremdet. Machen wir aber immer, funktioniert super, und zwar einen Spargelstecher. Dieses Ding hier hat einen Holzgriff, diesen Metallschaft und dann hier oben diese geschärfte Klinge. Und damit werden Spargelstangen in Dämmen gestochen. Kennt ihr ja, man geht da oben in den Damm rein, geht runter und irgendwann winkelt man das an und sticht dann unterirdisch die Stange ab. Und das funktioniert auch sehr gut mit Wurzelunkräutern. Dann habe ich mir direkt mal eins bestellt. Und ja, seitdem gehe ich hier wirklich der Ackerwinde zu Leibe damit. Weil, ganz ehrlich, das wächst überall und ausgraben könnt ihr das nicht. Die Wurzel geht ein bis zwei Meter tief in den Boden rein. Und gerade zwischen den stehenden Kulturen ist es ja echt unmöglich, da mit dem Spaten dran zu gehen. Könntet ihr also nur im Herbst machen. Bis dahin sind eure Pflanzen aber überrannt. Und im letzten Video hatte ich ja den Tipp gegeben, sobald ihr was von der Ackerwinde seht, einfach die Blätter abmachen, um die Pflanze zu stechen. Hiermit könnt ihr, ohne groß den Boden aufzumachen, die Wurzel wesentlich tiefer abstechen. Hier seht ihr meinen ersten Versuch. Das war jetzt noch nicht so tief. Man muss wirklich versuchen, die Wurzel zu spüren unter der Erde. Und das ist auch eigentlich gar kein Problem. Man hat da diesen Widerstand und versucht, der da nachzugehen. Die wächst auch nicht immer senkrecht nach unten. Manchmal so ein bisschen zur Seite. Man verfolgt die einfach mit dieser Metallspitze, versucht so tief wie möglich dran und dann sticht man einfach zu. Gut, meine ersten Versuche, das waren keine 10 oder 20 Zentimeter, seht ihr ja selber. Aber die nächsten, das sah dann schon ganz anders aus. Besonders hier bei meinen Bohnen, wo sich die Ackerwinde schon sehr ausgebreitet hatte oder ausbreiten wollte. Keine Chance mit dem Spaten. Und auch hier, ohne jetzt die Kulturen zu gefährden, einfach weg damit. Das Ganze funktioniert wohl auch gut mit anderen Pflanzen, die eine Pfahlwurzel haben. Also Löwenzahn, der in den Beeten steht, wo er gerade nicht hingehört, oder Ampfer. Und wenn ich so ein Werkzeug in der Hand habe, dann überlege ich immer, was kann man noch damit machen. Habe es dann auch direkt mal für meine Knoblauchernte ausprobiert. Und was soll ich sagen? Geht echt gut. Und klar, da funktioniert auch jede Schaufel gar kein Thema. Aber wenn man jetzt sich mal nur eine raus machen will, ohne den Boden anzuheben, ist das eigentlich eine gute Alternative. Tja, und was soll ich sagen? Ihr kennt mich, nachdem ich das zwei, drei Tage ausprobiert hatte und echt Spaß damit. Also es gibt deutlich weniger Ackerwinden jetzt hier. Habe ich direkt nach einem deutschen Hersteller gesucht, ein bisschen rumtelefoniert, habe einen gefunden. Und ja, ich habe welche gefunden und die sind jetzt bei uns im Shop und auch schon bestellbar. Vielleicht ja was für euch. Sind tatsächlich auch nicht so teuer im Gegensatz zu anderen Gartenwerkzeugen. Also für mich eine super Erweiterung zu meinem Werkzeugesortiment. Und so ein kleines Ding passt ja schließlich überall hin. Ich werde jetzt aber mal die Regenpause nutzen, um wenigstens schon mal ein bisschen was von meinem Knoblauch zu ernten. Habe ja extrem viel dieses Jahr im Garten. Zum Glück. Eigentlich ist es im Moment zu nass. Es regnet jede Stunde gefühlt einmal. Warte noch ein paar Tage, bis das ein bisschen abtrocknet. Aber so ein paar kann man doch schon mal ernten. Und in diesem Sinne sage ich, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Abonniert und empfehlt sehr gerne diesen Kanal. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.